Hallo zusammen, mein Name ist Arvid Rachsel, ich bin Treuhänder und Präsident der jungen SVP. Die Arbeitslosigkeit beschäftigt im Moment jung und alt. Wie wäre es darum, wenn wir in der Schweiz ein System hätten, das besagt, dass man zuerst Schweizerinnen und Schweizer anstellt auf die freien Jobs und nur wenn man keine inländischen Arbeitskräfte findet, nur dann, hört man Einwanderung zu, nur dann rekrutiert man Arbeitskräfte aus dem Ausland. Das System heisst Inländervorrang und mit dem Inländervorrang würde die Politik die Verantwortung gegenüber unseren Schweizer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrnehmen. Damit wir diesen Inländervorrang bekommen, brauchen wir aber ein Ja zur Begrenzungsinitiative. Stimmt darum mit mir zusammen Ja zur Begrenzungsinitiative, damit wir den Arbeitsplatz von Schweizerinnen und Schweizer sichern können. Ja zur Begrenzungsinitiative. Um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Das ist eine Ausländerung. Untertitelung des ZDF, 2020